Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge FolterDom, heute mit The House. Keine Ahnung, ich bin mir gar nicht sicher, was das Spiel jetzt wirklich ist. Ist es ein Browser-Spiel? Und ich bin mal gespannt. Das ist das Haus, was built in 1972 und 1970. Es wurde reportiert, dass die ganze Familie Mitglieder verabschiedeten ohne Grunde. Nachdem keiner mehr in das Haus entlang war, glaube ich. Sieht einladend aus. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Okay, now loading. Ja, es ist ein Online-Spiel, Link in der Beschreibung, falls ihr da mal reinschauen wollt. You are now inside the house. The house, the house, the house. Okay. Okay, wir haben hier was zum Anklicken. Das war wohl wahrscheinlich die Familie von damals. Relativ schön, die Vögel da oben, die McDonalds-Zeichen. Okay. Äh. Was ist mir da untergefallen hinten? Ah, die sieht so schwarz aus, die Frau, ne? Ein Ball. What? Okay. Ist da noch irgendwas zum Anpacken? Und das hier, ne? Was? Nein, ich will... Das Bild nur öffnen. Oh Gott. Alter. Okay. Das Bild ist kaputt. Kann man da irgendwie hintergreifen oder so? Guck mal, da guckt was durch hinten, ne? Alter, mach mir das Spiel Angst. Ja. Oh, ich will nicht scrollen. Ich... Bitte passiert mir hier irgendwas. Was? Ich will... Eigentlich... Kann man nicht... Ich kann jetzt mal machen. Alter! Alter! Es tut mir voll leid, liebe Leute. Ich finde so Spiele gruseliger als Outlast. Ganz ehrlich. Ich finde das gruseliger als Outlast. Alter! Ja! Go to the next room. Now loading. Warum mache ich meine... Empfindlichkeit immer so laut? Second room. The bathroom. Ist eben Kopf rausgekullert, oder? Alter. Happy Birthday, Mom! We know that you suffer from illness. But we're sure that you will find soon. Ja, I love you. Love you too. Kann ich was daran anmachen? Ne, ne? Erstmal aufs... Erstmal aufs Klo gehen. Okay. Oh, Gift. Kann man das aufmachen? Ne, ne? Nochmal pinkeln. Immer gut. I love you too. I will not leave you, I promise. I promise. I promise. Okay. Klingt sehr vielversprechend. Da ist ne... Okay. Alles cool. Nein! Da ist Mut im Wasser. In der Badewanne. Nochmal Klo spielen. Da kommt Mut draus! Da kommt Mut draus! Aber die Frau... Ich will nicht... Ich will nicht hingucken! Da ist nichts mehr drauf auf dem Ding, auf dem Titel. Nein! Bitte! Ich hab Angst! Leute! Ich sag euch, das ist... Ich find das gruseliger als jedes Outlast Horror Spiel oder als jedes andere Amnesia oder so. Das sind die gruseligsten Spiele. Ich hab... Nein! Alter! Okay! Okay! Ich hab's überstanden! Go to the next room! Sorry! Ich sorry! Das ist... Sowas ist echt zu viel für mich! Ich bin ja sonst ein ganz harter Bursche! Bursche vor allem! Bursche! Aber... The Kitchen! Aber wenn's um sowas geht, um so... Uah! Erschreckmomente! Da kann mich da... Das hasse ich! Ich hasse auch diese ganzen Bilder, weißt du? Wo du dann so ein Auto fahren sie und auf einmal kommst so... Uah! Da hab ich einfach ne Kindheitstrauma von mir noch. Weil ich sowas damals mal gesehen habe und mich mega erschrocken habe. Bei uns so nem Bild stach ich hier ganz lange drauf. Ich stach da drauf... Und dann kam sowas. Pippchen! Okay. Kalender 5. März. Cancer Treatment. Okay. Ist die Puppe oder was? Gibt's hier noch irgendwas? Man kann immer Sachen irgendwie mehrmals anklicken. Irgendwann passiert dann was. Aber ich... Ich blick da schon... Ich blick da schon durch. Ich blick da schon durch. Nein! Alter! Verpiss dich da du scheiß Samara! Tanze, ey! Okay. Wir haben jetzt spät, ne? Ich mach da das schlimmste Thumbnail draus, das ich in meinem Leben gemacht habe. Was? 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 St. Martin Scott School Student ID Card. Name Miss Maria S. Julie. ID Code. Nein! 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 Ich will weg gucken! Alter! Ja! Okay. Go to the next room. Es gibt auch ein paar zwei davon. Es gibt also The House 2 heißt das. The Living Room. Also wenn das nicht mal ein Folter Dom ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist ja mal volle Kanne Folter Dom. Okay, hier haben wir ein Radio. Sehr alt. Modisch. Hallo? Einmal ein Bild von einem Mann. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Mann. Hier haben wir sonst aber nix mehr, oder? Nein. Kann man noch irgendwas daran drehen? Ne, ne? Der kommt mir bekannt vor, der Mann. So. Jetzt gehen wir mal cool an die ganze Sache ran. Oh, okay. Das war's schon. Ja klar! Befieg deine Augen einfach mal! Aus! Ich... Oh nein. Sorry! Goodbye! I... Was? To you? I always love you! Ja, I... I will always love you too! Geh aus! Ah! Nein! Nein! Alter! Oh, wie der mich anstarrt! Wie der mich... Und... Und... Das war ja... War ja... War ja... Easy. War ja gar nix hier! Pfff! Pfff! Boah, ich wackele mehr rum, als wenn ich mich still sitzt. Ich muss meinen Ausschnitt erweitern. Also... Nicht den hier, sondern... The corridor. Licht an! Gut! Finde ich... Finde ich sehr gut. I'm sorry to God for what I have done. I love my family, so I killed all my family. It's the only thing I can do to stay together with them forever. You will never, ever, ever come back together. Nicht an, nicht out. Nicht an, nicht out. Ich will mir gefallen und höre auf zu liegen. Oh, von oben. Ja, nein, 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 nein. Nein. Bitte nicht. Oh Gott, ich will, nein, 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 nein. Nein. Das ist eine true story. All Fotos, Messages and Stories have been made up. Just for the super fair. Okay. Ja, war ja relativ easy. Ich bin, ne? Ja, war jetzt nichts Besonderes, das Spiel. Also ich meine, ich habe mich kaum erschrocken. Hat eigentlich gar keinen großen Sinn gemacht, das zu spielen. War jetzt nicht irgendwie, also ich meine, äh, war, ja, ne? Also, ich gehe jetzt nur mal ganz kurz duschen, aber nur, weil ich stinke. Meine Hose ist nass, ah, komm. Ähm, ich habe aus Versehen Wasser umgekippt hier. Das Wasser habe ich umgekippt aus Versehen. Ich muss gleich mal kurz meine Hose wechseln, aber ansonsten alles gut. Was will man mehr? Ähm, ja, das war The House. Ähm, falls ihr wollt, dass ich The House 2 auch noch spiele, dann gebt einen Daumen nach oben. Ja, wir machen das so. Ich mache ja momentan meine kleine experimentierfreudigen, äh, Ereignisse. Falls ihr wollt, dass, ähm, das nochmal passiert, The House 2, dann, äh, hätte ich ganz gerne 50 Daumen nach oben. Ansonsten, äh, ich meine, die Serie heißt Folter Dom, ja? Das heißt, ihr könnt entscheiden. Ich will es nicht spielen. Deswegen mache ich die Grenze relativ hoch für eine Folter Dom-Folga. 50 Daumen nach oben ist schon relativ hoch. Ähm, deswegen 50 Daumen. Das ist machbar, aber auch schwierig. Dann gibt es The House 2. Ansonsten, machen wir weiter mit Teletubbies oder so. Keine Ahnung. Ähm, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es langweilig. Es war ja jetzt nicht interessant. Das Spiel war eigentlich voll lame. Also, war ganz cool. So, ne? Hauen Sie rein. Ich bin, ja, ich bin halt ein cooler Typ. Weiße, ich erscheint mich halt nicht so. Warum auch? Ich bin halt ein cooler Typ. Ne? Wisst ihr ja Bescheid. Gut. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Machen Sie es gut. Tschüss. Machen Sie es gut.